Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro 2033. Ja, heute immer noch ohne Facecam, das ist mir irgendwie gerade ein bisschen zu viel Aufwand, weil ich da hin und wieder ein paar kleine Probleme habe, die überhaupt mal zu rendern und so weiter. Irgendwie will das nicht so wirklich, ich nehme ja mit meinem Handy auf und so weiter. Aber jetzt gehen wir wieder zurück ins Spiel, wir müssen die Gegner hier besiegen, wo wir das letzte Mal gestoppt sind, glaube ich, oder? Weiß nicht, ob wir da das letzte Mal gestoppt sind. Auf jeden Fall habe ich scheiß Legs, ey, das ist nicht so toll. So. Da oben sind noch welche, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob wir den... Oh, Alter. Irgendwie leckt es bei mir gerade. So, wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht sterben. Aber ich treffe hier irgendwie nichts, ey. Ich treffe nichts. Alter. Meine Güte. Das ist komisch irgendwie. Äh, ich... Hä? Lol, willst du mich verarschen? Ich gehe mal kurz ein bisschen näher ran. Äh, irgendwie bin ich gerade verwirrt. Diese Kugeln sind verdient. Ja, ja. So, jetzt habe ich dich aber, ha? Ich habe noch eine Kugel drin im Magazin, im Lauf. Und danach bin ich komplett out of ammo. Danach war es das. So, gibt es hier noch irgendwie Muni? Nein, okay. So, geht es hier zu wenig weiter? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt nur nicht in die nächsten Gegnerschaden reinlaufen. Nein, hier geht es definitiv nicht weiter. Okay. Ich will jetzt nur nicht in die nächsten Gegnerschaden reinlaufen. Da, das ist Elektro-Dingens. Okay. Wäre nicht so gut, da hinzulaufen. So, hier rein zu fällen. Wen hast du mitgebracht, Bastard? Antworte, du Mistkerl. Sonst erschisse ich dich. Ist das der Eiläutige? Oder Hippokrit? Und ja. Oh. Wer zum Teufel? Schau mal, wer ist hier? Mensch. Da ist ja unser, unser Bester. Und tot ist er nämlich auch. Ach, du liebe Scheiße. Hey. Hey, was ist los? Hey. Lol. Du kannst deine Waffe runternehmen, junger Mann. Ach ja, kann ich das? Ein trauriges, aber nicht unerwartetes Ende für einen wie ihn. Mein Name ist Khan. Nun, ich schlage vor, dass wir diesen Ort sofort verlassen. Die anderen Banditen werden bald auftauchen. Und ich möchte weiteres Blutvergießen vermeiden. Ich gehe zurück zur Verfluchten. Hier bekomme ich Rheuma. Wenn du lieber das Schicksal deines Freundes teilen möchtest, solltest du bleiben. Naja, das will ich nicht, aber ich wollte gerne noch meine Munition mitnehmen hier. Okay. Munition scheint es ja also nicht mehr so arg zu geben. Das ist nur noch eine Flasche. Gut. Dann laufen wir mal weiter. Kluge Entscheidung. Ja, natürlich komme ich mit dir mit. Alter, du siehst aber auch nicht mehr so gut aus. Geister. Khans Erscheinen überraschte mich. Obwohl ich beim Kampf gegen die Banditen schon gespürt hatte, dass mir jemand half. Khan versicherte mir, dass Börbens Schicksal nicht mit meinem eigenen verbunden sei. Trotzdem bedauerte ich seinen Tod. Hm, okay. Also, Khan ist der Neue in unserer Truppe. So, von da kommen wir. Da liegt Börbens tot rum. Dann gehen wir mal hier weiter lang. Hier geht nie jemand lang. Weder Leute noch Viecher. Selbst die Ratten bleiben fern. Ja, das will ich doch hoffen. Denn wir haben schlechte Erfahrungen mit den Viechern gekriegt. Und wir haben kaum mehr Munition. Ich habe ziemlich viel in diesem Kampf verschwendet. Um richtig ehrlich zu sein. Sie wissen, dass wir hier sind. Komm näher an die Rohre und lausche. Bleib nur nicht zu lange. Kinder. Manche sagen, es sind die Stimmen der Tunnels. Andere halten es für eine Art psychischen Einfluss. Hm. Dasselbe Kinderlachen, was auch von den Schwarzen kommt. Ich kenne diesen Tunnel. Und er kennt mich. Das will ich auch hoffen. Gehen wir. Bleib vorsichtig. Das ist ein gefährlicher Tunnel. Ich habe bestimmt einen Haufen Munition liegen lassen. Bitte lass dein Licht an, mein Freund. Sonst bleiben wir vielleicht für immer hier. So, ich muss jetzt aber mal das Ding jetzt hier tauschen. Die Elektrokanone muss ich leider weglegen. Aber ich brauche eine neue Waffe. Wo auch Muni drin ist. Ach du liebe Scheiße. Immer nach vorne schauen. Ich glaube nicht, dass man hier das... Wir müssen daran vorbeigehen. Nicht die Silhouette. Ach du liebe Scheiße. Ach du liebe Scheiße, ey. Oh. Nicht nach hinten schauen, hat er gesagt. Witzig, dass wir immer nach vorne schauen. Das ist das gleiche. Alter. Konzentrieren. Ach du liebe Scheiße, ey. Verdammt nochmal. Alter, jetzt wird es gruselig hier. Zum Glück haben wir noch jemanden mit dabei. Ach du liebe Kacke. Also das war gerade komisch, ey. Diese Geister sind auf jeden Fall sehr gruselig. Da vorne ist wieder einer. Mama? Wo bist du? Weg mit dir. Mama! Geh weg! Verdammte Scheiße, ey. Alter. Meine Güte. Was ist das? Ein Psychoterror hier in diesem Scheißtunnel. Das ist sehr, sehr merkwürdig, muss ich jetzt mal sagen. So, wir laden mal nach. Wir haben jetzt wieder zwei Magazine voll. Zur Seite, Artyom. Zur Seite, Artyom. Ein Zug. Ein Geisterzug. Verdammte Scheiße, ey. Alter. Wir hatten vorher schon diesen Rückweg auf dem Spielplatz. Jetzt kommt auch noch so ein Scheiß. Der Tunnel durchlebt seine Vergangenheit wieder und wieder. Und jene, die das Unglück haben, hier entlang zu kommen, schließen sich dieser Vergangenheit an. Warum gehen wir dann überhaupt hier lang? Verdammte Kacke, ey. Wie scheiß es dir das hier auch aus? Alter. Gehen wir. Das ist jetzt bis jetzt mit Abstand das großigste Level hier. Da war selbst vorher das ein Witz, wo wir in den Häusern waren. Und ich warte immer noch auf die nächste Erscheinung. Wir sollten nahe bei Kahn bleiben. Immer nach vorne schauen. Ach, du liebe Kacke. Was ist hier jetzt schon wieder los? Hier gab es vor langer Zeit eine Schlacht. Die Verteidiger sind noch da. Folge mir, aber bleib hinter mir. Ja, ich bleib ganz, ganz dicht hinter dir. Okay, hast du dich durchgesungen? Scheiße, scheiße, ey. Okay. Das sollte besser ein Geheimnis bleiben. Das ist persönlich, mein Freund. Ich will hier sofort raus, ey. Ich war dabei, als sie starben. Nur ich habe überlebt. Und hier. Anscheinend ist die Vernichtung, die wir selbst bewirkt haben, vollständig. Himmel, Hölle und Fegefeuer wurden ebenfalls atomisiert. Wenn eine Seele nun einen Körper verlässt, kann sie nirgendwo hin und muss hier bleiben, in der Metro. Eine harte, aber nicht unverdiente Buße für unsere Sünden. Meinst du nicht auch? Wieso denn nicht unverdient? Verdammt nochmal. Ich habe doch gar nichts davon mitbekommen. Und der sieht nicht gut aus, aber er hat Munition dabei. Ich habe doch gar nichts davon mitbekommen, wie das Ganze in die Luft gesprengt wurde. Ich fühle mich nicht schuldig. Und trotzdem muss ich diese Scheiße hier ausbaden. Verdammte Scheiße. Ach, Scheiße. Was ist denn los? Hier sieht es nach Kampfareal aus. Psst. Verdammte Scheiße nochmal. Dahinter ist irgendwas. Konzentriere. Ich konzentriere mich voll und ganz. Soll ich jetzt halt davor laufen oder was? Ich glaube, ich soll davor laufen. Wow! Alter! Boah! Alter Schwede, ey! Boah! Mann, ey! Haben die mich erschrocken! Fickte Scheiße nochmal! Meine Güte! Wohin lockst du uns hier? Der will uns doch umbringen, dieses Arschloch! Meine Güte! Gehen wir! Dann wird es hier langsam zu viel, ey! Wir müssen dauernd durch dieses Atomar verseuchte Scheiße laufen. Atomar verseucht, voll gutes Deutsch. Alter, Alter! Dieser Tunnel, also dieser, dieses Level ist total gruselig. Anomalie. Khan war ein ungewöhnlicher Mann. Aber er war wohl auch ein Mann seiner Zeit. Er bewegte sich zwischen Dunkelheit und Licht. Suchte nach Antworten, die im Schutt begraben waren. Ja, und diese Antworten sind ganz schön unheimlich, muss man so sagen. Los geht's! Ja, ja, los geht's, ich weiß. Da hinten ist ein Licht. Ein Licht ist immer eine gute Sache. So, das sind erst Funken. Ich weiß es nicht. Wie ich sehe, spürst du es kommen. Das ist eine seltene Gabe. Nutze sie. Nicht bewegen. Was sehe ich? Komm, verdammt, nochmal. Nicht bewegen.